Was geht Leute, mein Name ist Loaded, Danny, Pepe, Ernest. Willkommen zu einem, Leute, im Video von mir. Und heute spielen wir einen neuen Spielmodus in Call of Duty Ghosts und der heißt Heavey Duty. Das passt irgendwie, weil ich einen Kumpel habe, der Duty heißt und da der Heavey Rainless player. Ja, genau deswegen haben die es so benannt. Ich wusste es. Es war von Anfang an klar. Also ganz normales Team-Deathmatch schalten sie mit Teamwork gegnerische Spiele aus und erreichen sie das Punkte-Limit. Und wie gesagt, ein ganz neuer Spielmodus und ja, ich habe ihn einmal angezockt und das ist so etwas in der Art wie Herrschaft und Team-Deathmatch. Und ich habe das Gefühl, dass die Spieler mehr Leben haben. Ob das stimmt, weiß ich nicht genau. Lass es uns einfach mal austesten. Aber jetzt labern die wieder alle. Oh, jetzt kann ich sie nicht mal auf stumm stellen. Na super. Also was ich an dem Spiel definitiv am meisten liebe sind die Ladescreens. Ja, da sind definitiv die besten. Haltet eure Fressen jetzt. Was ist für eine Sprache? Ja, gut, eh? Ja. Ah, okay, das ist die Behindertensprache. Danke für die Info. Wir spielen auf Octane, eine Map, wo kaum einer campt. Ihr wisst ganz genau, dass jeder hier drauf campt. Aber ist nicht so schlimm. Denn ich werde die jetzt einfach auf stumm stellen. Das ist das, was ich hier verdient, Bitches. Als wäre der Ladescreen nicht schon genug, dauert der Countdown auch noch zwei Minuten. Der Countdown, den muss ich immer wieder erwähnen, weil er das erste ist, das ist quasi das Beste in dem Spiel. Einfach der Countdown. Übrigens, ich habe jetzt noch eine Möglichkeit rausgefunden, wie man in Call of Duty Spaß haben kann. Da kann ich ein Video zu machen. Da ist ein Gegner. Ich habe das Gefühl, die haben mehr Leben. Ich weiß nicht, ob ich da falsch liege. Und zwei weggeholt. Locker, flog, ich easy aus der Hüfte. Und da ist noch einer. Da ist noch einer. Nix, nix da. Du würdest meinen Teammate nie wieder killen. Glaub mir, der hat jetzt so mitgefühlt. Oh, 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 oh. Teammate, Alter, tu das nie wieder, du Bastard. Ich gehe jetzt einfach mal in dieses Haus. Das nervt mich, Alter. Oh, oh. Ich bin ein Teammate von dir. Er hat meinen Teammate gekillt. Wieso nicht mich? Oh. Halt, verpiss dich jetzt, Junge. Ich bring dich sonst um. Glaub mir, tot willst du nicht sein. Oh, oh. Er wurde wieder gekillt. Was kommt davon, wenn man mir folgt? Danny, ich bin wieder da. Yay, IMS. Ich habe dich vermisst. Oh, Danny, ich bin so stolz auf mich. Oh, Danny. Wieso lachst du? Ich weiß es selber nicht. Tut mir leid. Okay, Danny, ich mache jetzt alle Kills. Okay. Okay. So, jetzt läuft es bis jetzt ganz gut. Ein paar Teammates, die mir auf die Nerven gehen. Ja, da ist schon der Nächste. Kannst du bitte mich in Ruhe lassen? Was macht der da, Alter? Ich habe echt das Gefühl, die haben wir erleben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das stimmt. Hoffentlich stirbt er gleich. Mein armer Teammate, Alter. Der muss immer sterben. Immer ist es er. Danny, ich habe noch gar keinen Kinn. Das ist natürlich scheiße, ne? Aber Danny, ich kann doch nichts für... Oh, was macht der da oben? Lass uns doch mal nach oben gehen. Seine Waffe holen. So, hier müsste einer sein. Habe ich doch gesagt. Habe ich es nicht gesagt. Und von unten muss auch einer kommen. Definitiv, da sind die alle. Lass uns selbst extra unten werfen. So. Hast du verdient, du Bastard, Alter. Wo sind die alle? Wow, hier zu campen ist ja eigentlich so chillig. Okay, ich werde jetzt Camper vom Beruf. Scheiße auf YouTuber sein. Ich werde Camper. Macht extrem viel Spaß. Ja, ja, ich liebe eure Muskeln auch. Danny, ich habe immer noch keinen Kinn. Ja, dann hol doch, Danny. Das ist die Scheiß-Kill, Alter. Wow, wow. Wo kam der denn, Alter? Den habe ich gar nicht gesehen. Scheiße, Danny, was? Natürlich war das Scheiße. Das sollst du mir nicht sagen. Von rechts kommt einer. Von rechts. Die campen mal oben. Die campen mal oben. Danny, hol sie dir. Tue ich jetzt auch. IMS lebst du eigentlich überhaupt noch? Oh, das... Oh, 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 oh. Wow, Mist, Alter. Ah, diese Scheiße. Wow, 39 zu 7. Ja, die Gegner werden dominiert. Ähm, eine Sache, die mich jetzt wundert. Und zwar habe ich beim letzten Mal spielen. Äh, Flaggen hier gesehen bei dem Spielmodus. Sag mal, was für einen Spielmodus spiele ich denn hier? Team der... Hä? Das verstehe ich nicht. Also beim letzten Mal spielen waren da Flaggen. Ich habe doch jetzt den richtigen Spielmodus gewählt, oder? Ich weiß gar nicht. Habe ich den richtigen Spielmodus gewählt, oder nicht? Egal. Scheiße, jetzt drauf. Hauptsache, wir gewinnen. Schau dich mal an, wie wir dominieren, Alter. Schau dich mal an, wie wir dominieren. Trotzdem ein Missgeburten-Teammates. Ah. Er hat es geschafft, mich zu killen. Trotzdem ein Missgeburten-Teammates führen wir mit 50 zu 10. Krank, Alter. Danny, du bist halt der Beste ever. Ich weiß, ich weiß. Sagen wir viele Frauen. Aber Danny, ich bin auch eine Frau. Ich weiß, Baby. Mann, ich kriege keine Kills mehr ab. Weil ich keinen Map finde. Das ist natürlich scheiße, was? Natürlich ist das scheiße. Wo sind die dann alle? Verdammte Scheiße. Ich finde gar keinen. Ich hasse diese Map wirklich, Leute. Ich mag die gar nicht. Ich will mich nicht wieder beschweren. Aber ich will ja nur die Wahrheit sagen. Ich finde einfach keine Gegner mehr. Und da kommt einer. Ja, natürlich doch. Du mich auch. Der ist behindert. Der Typ ist echt behindert, Alter. Der, genauso wie der. Die sind doch alle behindert. Danny, ich bin wieder da. Du warst jetzt lange nicht mehr da. Danny, egal. Mal sehen, was aus mir loskommt. Oh, nicht gut. Oh. Oh, 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 oh. Nicht so adressiv, nicht so adressiv. Pack das Ding weg, Digga. Pack das Ding weg. Wow, was haben wir... IMS! Danny, ich bin wieder da. Yay. Ich freue mich so. Ich bin so stolz auf mich. Alles klar. Okay, wo packen wir die IMS am besten hin? Oh, verdammte Scheiße. Oh, mein Nase juckt. Komm schon. Ah. Danny, wieso hast du mich nicht... Oh Mann, ich bin nicht mein Erster aus meinem Team. Ah. Schade. Ich gucke gleich mal, ob ich den... Ob ich den richtigen Spielmodus gespielt habe. Weil wenn ich Start drücke, da kommt ein anderer Spielmodus. Merkwürdig. Ich würde schon fast sagen, es ist ein Fall für Galileo Mystery. Was sagt ihr dazu? Ja, ihr stimmt mir definitiv zu. Mal sehen. Ist das jetzt... Hä? Das ist das. Das ist das. Heavy Duty. Das sind also immer verschiedene Spielmodus. Okay. Das ist immer etwas anderes. Jetzt verstehe ich das. Also habe ich doch nicht das Falsche ausgewählt. Alter. Schaut euch diese Map da an. Freefall. Die mache ich im nächsten... Ähm. Ich versuche nächstes Mal Freefall zu spielen. Die habe ich noch nie gespielt. Äh. Bin ziemlich aufgeregt. Ich bin dann nämlich fürs Zuhören des Videos hier. Wenn es euch gefallen hat, dann klicke jetzt den Daumen nach oben Button. Denn damit unterstütze mich mehr, als du denkst. Außerdem vergesse nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Um nie wieder was auf diesem Kanal zu verpassen. Und dann sage ich nur noch 3, 2, 1. Ciao. Ich habe die Gegner mal wieder verwüstet, zerstört, misshandelt. Wie auch immer ihr es wollt. Ähm. Auf jeden Fall könnt ihr euch das Game-Tier anschauen. Macht ihr sowieso bestimmt. Ähm. Heute geht es aber um ein Thema. Äh. Aber bevor ich das anspreche, wollte ich noch was sagen. Und zwar habe ich...